Ach ja, nun was gibst du Neues? Same. Löcherbrenn mal. Äh, der ÖDP geschrieben, wenn ich da so eine Art Statusbrecher habe. Oh nein. Wenn die nichts haben oder noch nicht fertig sind oder was auch immer, würde ich auf jeden Fall fahren, die du hast beschleunigen können. Wolltest du Notausweisung draußen? Kann ich mir so selbst ausdrücken. Der ist mit drei Teil der Güte. Der Schaden hat allein damit anrechnen können. Wo ist du? Der, ähm, ich kann den Namen nicht sagen. Wo ist der, der kleine, von denen die so viele Namen haben. Der wie eine Farbe als Nachname heißt. Weißt du, was ich meine? Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich dachte erst, ich wüsste, wen du meinst. Aber mit einer Farbe als Nachname. Also fängt mit A an davon, aber mit der Nachname mit Weiß. Oh, shit. Nice try. Äh, Leuk, Kindergarten. Was ist das mit diesem? Du wüsstest, dass Oster-Eier auch so ein Wort ist, was es im Englischen gibt? Ja. Ja, komisch. Dabei haben die doch Easter Egg. Es wurde gesagt, Weltschmerz ist auch so ein Wort, was Ausländer denken, was wir Deutschen benutzen, wenn uns ganz großes Leid da widerfahren ist. Goll. Jedenfalls der, der tritt auch zur Kommunalwahn für die CDU. CDU? Ja. Was ist mit dem schiefgelaufen? Ich weiß es nicht. Ich dachte also, wer ist die Linke oder wenigstens die SPD? Hätte ich gedacht, okay. Okay, ne. Doch, das kann ja mal passieren. Aber CDU? Oh man. Und der studiert doch sogar Politik, oder nicht? Weiß ich nicht. Nee, oder Geschichte? Ich glaube Geschichte noch. History repeats, oder der Wissen? えー, was die Linke nicht nur. Ach, zwei Perlen, da muss man hier irgendwo rumliegen. Noch nicht jetzt, noch mal. Boah, ist so schön, so tropisch. Ein Down und noch einer, damit wir ihn schnell. Kirstin um. Huh, China. Ziemlich viel Erfahrung wir kriegen. Es könnte gar nicht so wenig sein, ich bin mal gespannt. Bist du auf meinem Schiff hier? Also dir gehört das Schiff schon mal nicht, und zwei, eins, nein. Bist du denn? Bist du in einem anderen Schiff? Boah, hier bin ich geschossen. Ich sehe euer Schiff. Wo treffen wir uns? Was ist die Taktik? Wer ist hier, Mann? Blue oder Green? Ähm, 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 Green. Ja, hat er auch gesagt. Nice. Wo ist Grün? Schumier. Iroh. Das ist Maragd, bei mir. Okay. Die Horde erwartet uns doch ohne Furcht, stütz! Ich komme schon seitens. Ach, ich bin ergeblieben. Ich führe eine Streitmacht an, die, äh, den Fein in den Rücken will. Boah, da kriege ich einen Schuss raus. Rieskoller. Nice, ich habe noch HP. Schützt mich. Ihr Narren. Huch. Und mir ist ein Arsch dran. Ha, ich bin durch. Nice. Ich höre die Nachbote heute weiter auf, das ist down, nice. 9k, noch 4k. Uh, ein Schuss gleich hin. Nein. Ich bin in den Highlight, Leute. Boah, wenn ich in das Ding eigentlich von da aus ziele, das wäre was. Healtaken denn dann das? Die Healburgen war es im Sinn, ey. Oh, Heal-Panzer. Panzer-Würfer. Der hat zwei Jahre Deutsch gehabt? Ja, auf dem College. Ich weiß nicht, was er auf dem College gemacht hat, aber vielleicht wie ich Geschichte gemacht hat. Auf jeden Fall hat er zwei Jahre Deutsch. Wie cool ist es denn, dass die da Deutsch in Richtung kriegen? Schon. Und er meint, ähm... Er liebt die deutsche Sprache, weil sie so schön anhört. Hehehehe. Hehehehe. Kannst du besser? Ja, bestimmt nur wegen Militär. Naja, ich habe mir auf jeden Fall mal angeschrieben, dass wir uns freuen würden, na, gegen ihn, seinen Kumpel, irgendwann mal, wenn wir spielen, ein bisschen verstanden haben, 2-and-2 zu machen. Wahrscheinlich will er mir jetzt die nächste andrehen, mir die ganzen Total War-Reihe, äh, Spiele auch noch zu kaufen, aber... Er hat wohl sogar die Shogun 2 Total War, so eine Special Edition, äh, umsonst bekommen. Weil er für die ganzen, äh, Total War-Spiele quasi so hingeregt Werbung gemacht hat. Denn wir rennen und rennen... Natürlich kriegen vom Blizzard das nächste Add-On Geschenk. Hehehehe. Ich kann mit weiter so viel Auszeichnung kriegen. Ich habe eben gelesen, Robinson wird angegriffen. Robinson wird angegriffen? Robin ist ja im Freitag! Oh wir haben, glaub, keine Fahrzeuge... Doch, doch. Werde auch immer durchbricht, nice. Oh, wir sind... boah. Was ist denn... Ich will hier durchmarschieren. Boah, das ist gut mit zwei Wahrseiten. Jupp, down. Drittes wäre auch noch gekommen in der Reserve. Pretty awesome. In höchst 4 Minuten, gleich so ein Typ. Das klingt nice. Wir haben Gretz alert, hier. Boah. Gretz alert, Gretz alert, you guys. Mal schützen, mal probieren. Äh, Quatsch, ich mag. Ja, aber wir springen da raus. Meinst du? Warum? Na gut, ich bin draußen... wick... wickschgut. Ja, ich mein, willst du da mal keine Ohne stehen oder unser Potenzial verschwenden? Stimmt. Wir sollten lieber so low-level Typen. Wir sollten lieber die... die Boots machen. Diesen Strand. Ich will mich darauf konzentrieren, die Karre hier zu nirgeln. Egal, was passiert. Und vielleicht Leute wegzuführen. Das ist eine gute Idee. Ich will mich darauf konzentrieren, dass keiner, kein Mann stirbt. Ihr ist nur ein Gegner? Dann. Ist die Horale. Ja. Mich kriegt der Mensch. Nice. Okay, das Ding ist schon mal da. Auch ein Vierer ist gezitscht. Aber ich bin... Ich bin bei den Gegnern. Oh nein. Ist irgendwas da gegangen? Noch was da angegangen? Ich bin da. Ha! 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 Ihr kommt nicht vorbei! Ha! 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 Was ist das? Oh, ich bin jetzt Fahrzeug gegangen. Oh nein. Das hat er nicht ansonsten gemacht. Ha! Ha! Noch 2 Minuten und 3 ist hier. Mach kein Tor down. Puh! Okay, wir sind vorne auf. Psssssssssssss. Stoppen. Ach ja, ich hab noch einen kurz hochgehielt. Oh Mann, Tod. Die Todesritter gehört down. Ich bin nicht dort hin tot. Ein Tor ist angekratzt. Da gehen wir hin. Das ist Sophia. Okay. Follower my lead. Wir werden sie Gebühren empfangen. Wir werden sie eines Teufels, würde ich empfangen. Hallo? Hallo? Aber eh. Kein Fühlschrank. Das klingt wie eine... Das klingt wie eine... Das klingt wie das nicht gewohnt. Danke. Glauben, man möchte das Sport treiben. Du sollst jetzt Sport treiben. Ich soll jetzt Sport treiben? Nein. Man hat mir einen Flyer vom VfL-Typ mitgebracht. Weißt du, was DLG... D? Warte mal. DLG gibt's. Genau. Weißt du, was das heißt? Nö. Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. DLG. DLRG. DLRG. Wenn er irgendwie panisch wird, sollst du ihn richtig krass gegen die Brust drehen. Im Wasser. Unter Wasser. Im Wasser. Unter Wasser. Egal. Wenn er sich so richtig an dich klammert, ist er panisch. Damit du nicht selbst in Gefahr gebracht wirst. DLG. 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 DLG.